Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Windows Tablets Test. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die TerraPad 1062. Nicht nur Microsoft, sondern auch Zulieferer wie ESA und auch Lenovo generieren heute hervorragende Windows Tablets, die zu niedrigen Kosten erhältlich sind, aber zusätzlich alternative Marken wie Terra. Der Terra 1062x5Z8350 Windows Tablet Computer ist für einen großen, obwohl Sie technisch ausgereifte Komponenten mit diesem Design erwarten können. Rein visuell betrachtet ist das Terra 1062x5Z8350 Windows Tablet wirklich eindrucksvolle Microsoft Surface Tools. Es gibt ein Element, das leicht verfügbar ist, sodass der Tablet Computer ziemlich bequem auf dem Schreibtisch platziert werden kann. Ansonsten ist das Informationsblatt dieses Gadgets immer noch beeindruckend. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Microsoft Surface Go. Ein gutes Surface Tablet befindet sich auch im Microsoft Area für den kleinen Ausgabenplan. In diesem Zusammenhang wird der Microsoft Surface Area Go empfohlen, die in der Version mit 8 GB RAM und einer SSD mit 128 GB weniger Preise als für Sie hat. Microsoft setzt auf ein 10 Zoll Display sowie einen Intel Pentium Gold Prozessor, der für klassische Anwendungen in Bezug auf die Leistung absolut geeignet ist. Darüber hinaus wird Windows 10 MS Modus verwendet, der für die Prozedur mit einem Tablet mit Deutsch oder Stift gemacht wird. Die Verarbeitung von höchster Qualität geht in einem wirklich hohen Maße. Der Microsoft Surface Go kann bequem in der Technik in Laptop, Computer, Tablets sowie Werkstatt-Anstellung verwendet werden, obwohl die Akkulaufzeit von 9 Stunden ist auch ziemlich erheblich. Auf Platz 3, haben wir die Microsoft Surface Pro. Die Vielfalt der verschiedenen Windows-Tablets wird vor allem durch die Modelle des ersten Softwareanbieters Microsoft identifiziert. Zusammen mit dem derzeit angebotenen Microsoft Surface Area Book 2 möchten wir Ihnen zusätzlich den Microsoft Surface Pro.P. als solide Wahl anbieten, die zusätzlich mit großer Handwerkskunst punktet. Microsoft hat eine leistungsstarke Intel Core M3 CPU eingerichtet, die zusätzlich ziemlich energiesparend ist. Zusätzlich zu 4 GB RAM wird auch eine 128 GB SSD verwendet. Bitte beachten Sie, dass es sich um ein 2-in-1-Tablet handelt, das ebenfalls als Cabrio bezeichnet wird. In der klassischen Version bestimmt der Bildschirm eine Gesamtdiagonale von 12,3 Zoll. Umzug auf Nummer 2, haben wir die ASUS Switch 3. Die Serie verschiedener Windows-Tablets wird vor allem durch die Modelle des ersten Softwareanbieters Microsoft etabliert. Neben dem bereits angebotenen Microsoft Surface Area Book 2 möchten wir Ihnen auch den Microsoft Surface Area Pro.P. als solide Option vorstellen, die ebenfalls mit exzellenter Handwerkskunst bewertet wird. Microsoft montierte eine leistungsstarke Intel Core M3 CPU, die ebenfalls ziemlich energiesparend ist. Neben 4 GB RAM wird auch eine 128 GB SSD genutzt. Bitte beachten Sie, dass es sich um einen 2-in-1-Tablet-Computer handelt, der ebenfalls als austauschbarer bekannt ist. In der traditionellen Version bestimmt der Bildschirm eine Gesamtmenge von 12,3 Zoll Diagonal. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Microsoft Surface Book. Mit dem Multi-Touch qualifizierten Microsoft Surface Book 2 werden Sie möglicherweise angeboten, wenn Sie Windows unterwegs auf Ihrem Tablet-Computer verwenden und ebenfalls die bestmögliche Leistung fordern. Dieses Gerät stammt direkt vom Anbieter Microsoft, der eigentlich seit einigen Jahren auch Geräte für Kunden verkauft. Um nur einige Punkte zu nennen, die Intel Core i7-8650U Quad-Core CPU der 8. Generation wird genutzt, die in der Turbo-Einstellung bis zu 4,2 GHz erreicht und somit wirklich getaktet ist. Es ist auch wirklich faszinierend, dass Microsoft auf das dedizierte Intel HD Video 620 System setzt. Die Microsoft Surface Publication 2 wird zusätzlich mit der NVIDIA GeForce GTX 1050 Grafikkarte angeboten. Die 2 GB Grafik Speicher bietet. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.